Es ist schon wieder passiert. Dank einem größeren Leak kennen wir nun die schon bald für DSM 4 erscheinenden neuen Sets. Alles dazu jetzt! Was wäre eine Sims-Ankündigung, ohne dass wir vorher schon alles wissen? Die beiden neuen Sets, welche bereits im im Januar veröffentlichten Quartalsteaser gezeigt wurden, hat ein EA Game Changer fälschlicherweise deutlich zu früh gepostet. Bevor wir uns die Screenshots der Packs genauer ansehen, bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr nicht nur bis zu 50% auf verschiedenste Sims-Packs sparen, sondern auch bei meinem derzeit laufenden Gewinnspiel teilnehmen. Im veröffentlichten Tweet werden auch die Namen der beiden neuen Sets genannt, Party Essentials und Urban Homage, was schon viel über die neuen Inhalte und Thematisierung aussagt. Noch eindeutiger sind jedoch die Screenshots. Mit Party Essentials erhaltet ihr wohl eine Baumodus-Auswahl bestehend aus Disco-Kugeln, Konfetti und anderer partybezogener Dekoration. Besonders erwähnenswert, auch eine Nebelmaschine ist hier mit dabei. Den Nebeleffekt gab es allerdings schon davor im Spiel. Beim Urban Homage Set wurde mit einem Creator aus der Community zusammengearbeitet und so wie es aussieht, beinhaltet dieses Pack eher ein paar alltagstauglichere Klamotten. Ich vermute leider stark, dass dieses Pack wieder eher weniger Klamotten für Kinder oder Kleinkinder bereithalten wird. Sicher wissen tun wir das allerdings natürlich noch nicht. Jetzt können wir auch schon eine Prognose zum Release und Ankündigung aufstellen. Das Gewinnspiel vom Creator sollte wohl offiziell am 18. April enden. Das wird wohl heißen, dass hier das Pack erscheinen wird. Wie immer bei den Sets liegen hier nur wenige Tage dazwischen. Damit ist eine offizielle Ankündigung am 16. April. So wie ein kleines neues Update sehr wahrscheinlich. Was denkt ihr zu den neuen Inhalten? Bei welchem der beiden neuen Sets seid ihr derzeit hoffnungsvoller? Also dann, bis zum nächsten Video.